Musik So, wir sind jetzt beim Rewe und guck mal, wie wir das Fahrrad angestellt haben. Und das nennt man scheiße Arbeit. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt rein beim Rewe und davon kriegen wir auch kein Geld, dass wir das sagen. Und bis gleich! Oder bis gleich, wenn wir wieder hier draußen sind. Bis gleich! Ich hab die Amazon-Karte und jetzt fahren wir nach Hause und dann nade ich das auf und dann fahre ich wieder zum Zimmern. Bis gleich! So, ich wollte kurz sagen, ich bin jetzt beim Zimmern endlich mal. Ich werde jetzt das Video noch schneiden bis das hochgeladen ist und alles mögliche. Heute wird das 12, glaube ich mal 10 Uhr sein. Ist eigentlich eine gute Uhrzeit zum Veröffentlichen. Sonst hab ich eigentlich nicht so viel gemacht heute. Ich hab eben halt noch Pommes gegessen. Mach ich immer, wenn ich beim Zimmer fahre. Sonst hab ich eigentlich nicht so viel gemacht. Aber gleich werden wir noch zocken, wenn das Video rendert und hochlädt. Morgen kommen die ganzen Pakete an von meinem PC. Das heißt, dazu werde ich aber keinen Livestream machen, glaube ich mal, weil das ja mein erster PC ist. Ich möchte das selber mal gucken. Aber dafür habe ich ja meine Unboxing, Wasserquilom und so weiter. Vielleicht kann ich ja so ein paar Sachen ja davon filmen, wie ich das ja zusammenbaue. Weil ich weiß gar nicht, wie ich das ja Livestream gemacht hätte. Weil ganz oben habe ich ja gar kein Internet mit meinem Handy. Sonst hätte ich halt über YouTube Livestream gemacht. Und alles mögliche hätte das halt dann mit meinem Handy gemacht. Ganz langweilig. Aber so ist leider kein Smartphone-Internet da. Deswegen kann ich halt nicht machen. Gestern das Video ist irgendwie gar nicht hochgeladen worden. Das war 50% gewesen. Und dann ist das einfach schlägenblieben. Hat gar nicht mehr hochgeladen. Was ich schade finde. Heute Morgen muss ich das halt dann manuell nochmal hochgeladen. Und dann surfen ich es im April gesehen. Und ich wollte aber sagen, gebt den Namen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Abonniert den Simmerzell-Kanal. Abonniert den restlichen Kanal. Abonniert einfach die, die ich unter der Infobox stehen habe. Und habt viel Spaß noch. Und tschau.